Hallo, hallo, hallo Leute Hier ist der Cosimo wieder für euch Kommt mal wieder eine Runde Combat Arms Combat Arms, ja wir spielen Combat Arms Das komischste FUPS Spiel Der Geschichte der FPS Spiel Ja, äh Es gibt dazu zu sagen, ich bin der Pro Ja, habt ihr das gesehen, das war geplant Ja, bestimmt nicht, bestimmt nicht Ja, wir nicht Ja, komm jetzt, mit der Pistole Boah Wer ist der Pro, hä? Wer ist der Pro, hä? Ja Oh mein Gott, ja, oh mein Gott Ja, das war jetzt extra Ich wollte nämlich sterben Um den auch mal eine Chance zu lassen Scheiß Dual Core, ey Lülle Sau, du Ich bin auch übrigens ein Snipe Äh, ein Quickscore Profi Ja Oh nein, scheiß Dual Hab ich gehört Ja, das ist mal eine Camper-Folge Ja, das ist mal eine Camper-Folge Ja, das ist mal eine Camper-Folge Ich glaube, das ist so Ja, ich fail Also von daher Ja, komm mal Oh, habt ihr den gesehen? Ja Ja, damit hab ich jetzt nicht gerechnet Dass er mich von die Seite Und von der Seite Nicht von die Seite Warum was ist denn los? Von die Seite Oh mein Gott Ja Was gibt's noch zu sagen? Ja, weiß ich nicht, Leute Nein, Spaß Mein Programm voll Also ich kann jetzt wie gesagt Nicht regelmäßig Videos hochladen Auf YouTube Ich werde da mal zuschauen Dass ich vielleicht ein, zwei, drei Wochen hochlade Und halt nur die Besten von den Besten Ja, Junge Hä, Hacker Hä, Hacker Hä, Hacker Hä, Hacker, Hacker, Hacker Ich hab dir ja zu Und wenn man dann selber irgendwas macht Dann sind sie ja nicht im Horn Wow, Quickscore Profi Ich hab dir den gesehen Oh, jetzt kommt der nächste Quickscope Hat der Quickscope? Aha Boah Ich hab dir den gesehen Das war ein Quickscope, Leute So wie ihn man kennt Wie man ihn kennt Oh, da war der nächste Quickscope Und der war kein Quickscope Das war Hardcore Und ja Leute Okay, ich mach alle platt hier Mit meinen Quickscope-Künsten Ja Ja, ist okay Ja, ist okay Ich kann jetzt nicht fünf Leute auf einmal Quickscopen Aber das ist ja nicht so schlimm Mach ich das halt jetzt, ja Ja, komm ey Woher ich das nur wusste, ne Und ich renne trotzdem ein Was soll's Ich hab mir das noch gar nicht angeguckt Was dort ist Mit den Schüssen oder nicht Aber Ich hab gar keine Ahnung Da steht da noch einer Ja, hier Da steht da noch einer Jetzt Quickscope Komm, Quickscope Ja, camp doch nicht Scheiße Meine blöden Camper hier Oh, da bin ich hier Ja, durch die Wand oder was Oder was Ich wollte euch nochmal kurz was erzählen Also ich hab heute in den Nachrichten gehört Das ist jetzt beschlossen wurde Das, ähm Also in der deutschen Sprache Ist jetzt so ein neues Gesetz rauszukommen Das ist das, äh, Alter-Mann-Gesetz Alter-Mann-Gesetz Bedeutet, ähm Das ist jetzt offiziell Also haben sich das schon viele gewünscht Das jetzt, äh, in den nächsten Jahren Natürlich, ähm Klar ist, dass man Äh, die deutsche Sprache Verbessern möchte und so Das weiß ja jeder von euch Und dann hat man halt beschlossen Dass jetzt hinter jedem Satz Oder nach jedem Satz Ein Alter kommen muss Das heißt, ähm Ihr kennt das, ich muss ja keine Beispiel nennen Aber ich hab heute ein Video aufgenommen Dies ist früher Nach der neuen Rechtsrechtsreform Oder der neuen Sprache Bedeutet das ja ab sofort Ich hab heute ein Video aufgenommen Alter, ja Also das ist gerade das bitte immer Ich hab heute ein Video aufgenommen Alter, Punkt Ich hab heute ein Video aufgenommen, Punkt Ja, das Alter ist jetzt Pflicht Ähm Das ist ja sowieso ungarnsprachlich Das hat schon jeder verwendet Und, ähm Ja, Mann ist dann freiwillig Also, Gemmels auf die Nerven Heißt das normal Und jetzt Also, nach der neuen Formel halt Heißt das Gemmels auf die Nerven Mann, ja Also, bitte nicht Das war nochmal ein kurzer Hinweis Auf die neue Rechtschreibung Oder immer noch Sprache Der Jugend Also bitte nicht vergessen Immer Mann Und Alter Nicht vergessen Das ist nämlich wichtig Das heißt, wie wenn ihr euch unterhaltet Mit zwei Menschen Oder mit einem Freund Müsst ihr diese Sprache anwenden Weil er euch nicht versteht Also das heißt Ich wollt draußen Sagt der andere Hä? Dann sagst du Ich wollt draußen Alter Dann sagst du Ja, ah Wir sehen Und so Also das ist halt so Das ist halt jetzt neu Wie gesagt Wollte ich das nur Nochmal sagen Nicht, dass ihr das halt immer vergeht Was man denkt Wie sagt mir das keiner gesagt Ne, jetzt wisst ihr es ja von mir Also Bitte benutzt immer Alter Nach einem Satz Ja Oder einem Wort Yo Alter Oder Ey Mann Das ist jetzt einfach so Daran müsst ihr euch auch mal gewöhnen Aber ändern könnt ihr daran Nichts Müsst ihr euch Beschweren Bei der Regierung Und ja In die nächste Pro-Runde hier von mir Von zwölf zu zwölf Kills Oh Ich fette mir jetzt ordentlich Spiel ein Alter Alter, Alter Aber Alter Was soll's Alter Weil ich bin halt Alter so gut Alter Das machen Alter 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 Quickscope Hier Boah Quickscope Boah Guck mal her Boah Quickscope Komm Da will ich gehen Boah Fast getroffen Du lachen Ja Granate Komm Ah Quickscope Ja Junge Junge Alter Spaß Nein Das war natürlich Mal alle Leute Die es nicht verstanden haben Ein Schlechter Ein Schlechter Ein schlechter Witz Der nicht lustig sein sollte Von man der Wahrheit entspricht Ja Naja Jetzt wird es nicht verstanden haben Habt ihr das gesehen Ein bisschen Waffe ne Wenn ihr lernen wollt wie man so quickscope wie ich Schreibt mich an Und ich laber ziemlich viel scheiße Nein Ich bin kein quickscope Ähm Das sind xxxo nach Witzig sondern auch falls ihr niemand kennt oder so. Oder andere leute die halt Richtige montage macht nicht so wie ich so ein lala video wo ich was erzähl na ja Ja junge ich bedanke mich für das zuschauen und ich sage dann mal oder ich würde mal sagen bis zum nächsten tschüss leute einen schönen tag